ausparken mal anders ganz ganz anders vor einem pub in london kommt es ende mai zu einem streit zwischen verkehrs augenzeugen behaupten dass die beiden autos zuvor ineinander gekracht sind und ein fahrer den anderen angegriffen habe der fahrer des schwarzen bmws bleibt stur auf seinem sitz der einzige weg für den sofort direkt über das im weg stehende auto ob das die beste lösung ist wagen wir zu bezweifeln als die polizei eintrifft ist der raser schon weg die ermittlungen laufen jetzt die 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 Vielen Dank.